ich weiß es ist kurz aber ob es so kurz sein wird das ist habe gehört du hast es geschafft das habe ich auch gehört ich frage mich wie okay wenn ich ein funkgerät finde kann ich jetzt zur hilfe rufen ich weiß nicht wer sagt das habe ich gesagt im stimmbruch ich glaube sie halten uns gefangen um uns an die moskitos zu verfüttern die anderen gefangenen könnten helfen wenn du sie befreist willkommen zurück wir sind wieder nilo ich habe gehört es hat um die acht level dann haben wir ja die hälfte fast oder so acht level echt ja könnte ich mir vorstellen ja das könnte sein wegen acht bilder in jedem level vielleicht ein bild das kann natürlich auch sein ja das kann natürlich sein glückskeks schmackofatzen hast du glückskekse herr lecker da musst du mal einen glückskeks spruch hier reinschreiben ganz witzig so jetzt ist der frei ach so ah ja ich muss jetzt einfach nur befreien was ist denn das da im hintergrund das heißt wir gehen einfach hoch hab noch nie glückskekse gegessen echt noch nie die schmecken ja auch nicht so besonders schmecken ein bisschen vanillig ne die schmecken ganz okay hast du eigentlich nichts verpasst hier ah 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 ne moment es geht nur hoch war hä hä wie machen wir nochmal pc screenshots mit der drucktaste ja mit der drucktaste oder mit äh wie heißt das programm snipping tool ist ja auch super asiatisch essen verbreitet ja richtig genau ja die kann man aber auch so kaufen oder so wir haben noch 50 leben haben schon die hälfte verballert und wir sind im vierten level wo das könnte knapp werden ok wir sind bei der hälfte und haben die hälfte unserer leben verloren ähm hm ok was finanzielle angelegenheiten können besser aussehen als sie erwartet haben das stand drin interessant ich hab ich hatte auch mal sowas ähnliches und zwar ist es hängt hier tatsächlich ihre finanzielle situation kann sich verbessern wenn sie beharrlich am ball bleiben lustig das ist ja was ähnliches ne screenshotten auf den pc ist windows taste plus druck man muss die windows taste nicht drücken das reicht einfach nur druck warum warum denn die windows taste warum denn die windows taste hä was eigentlich reicht nur ein druck auf druck da zieh mir nichts warte mal hä ich hab jetzt nur druck gedrückt ja das ist eigentlich nur druck was passiert wenn man die windows taste drückt wenn ich wenn ich jetzt wegen dir irgendwas kaputt mache da passiert nichts da passiert einfach dasselbe also man braucht die windows taste nicht unbedingt ähm sorry hab ime hab ime da ist nichts mit windows taste was macht man dann gibt es da trotzdem eine druck taste dann ist es womöglich trotzdem da aber so ich weiß es nicht bei ime hey guck mal sie verkloppen die schnecken schneckenverklopper cool geil schneckenkloppen schneckenkloppen das ist der schneckenklopper mhm mhm ja was macht ihr jetzt hier schnecken so guck mal im bild was ich will so guck mal so guck mal ah tschüss du schnecke hahaha das macht ihr gut das macht ihr sehr gut oh das ist das ist wunderbar Moment, wie ist der da durchgegangen? Da war eine Tür Oh, was ist das denn? Glitzer, Glitzer, Rubine Okay, ah ja Oh was? Super Mario Galaxy Was? Wir laufen einfach an der Decke Wir haben die Gravitation geändert Hey, das Spiel hat so geile Ideen Das ist ja mega geil Oh Gott Das ist ja mega Aha Da komme ich jetzt aber nicht vorbei, ne? Achso Wir machen das einfach so Ich balle auf das Leben Ich gehe jetzt einfach mal so durch Dann gehe ich einfach da mal so Wir müssen den Großen da unten befreien gleich Ah, guck mal Oh, gut Oh, gut, dass ich das so gemacht habe Schau mal an Schau mal an, da schau Ich ja Habe ich den Schalter jetzt aktiviert? Hä? Hä? Der muss auf Rot sein, ne? Ich Ich lasse das mal so Schalilos Das passt eher Das sind voll die Schal- Ne, ähm Schalilos War das schon die Weiterentwicklung? Ne, Gastrodon Das sind Gastrodon So, jetzt erstmal hier Zack Dann wahrscheinlich womöglich Und theoretisch Genau Okay Einmal runter Wuhu Einmal hier rein Ja, wusste ich's doch Ah, hallo Großer Hier zerkloppt die Schnecke Gastrodon Verkloppung Soll ich ihn machen auf? Hä, da passiert ja gar nichts Hm Okay Einmal Umdrehen Hä? Wieso ist die Tür nicht aufgegangen? Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? 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 Die Tür hier oben ist nicht aufgegangen Und warum nicht? Hä? Hä? Hier passiert einfach nichts Hä? Das verwirrt mich Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich geh einfach mal zurück Ach so Ah Okay Ja, dann müssen wir noch mal ganz zurück Ach so Ach so Wir müssen Den Schalter umlegen Oh Okay, Moment Ja, lauf So, zack Hier einmal Der war knapp Oh nein Wir müssen den da oben drücken, oder? Oh man Nein Scheiße Kacke, kacke, kacke Also der war ja aktiviert Blablub Jetzt aber Jetzt aber wirklich, oder? Jetzt müsste das da ja Offen sein Hoff ich Laufen, 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 laufen Hier war keine Gefahr Ja Siehste mal Drücken wir das da Zack Nach unten Ja Ja, das war's Aha Mhm Oh ja, wir könnten uns ja ducken Können wir dann den Blasen ausweichen? Wahrscheinlich nicht Lassen wir einfach Das will ich gar nicht ausprobieren Oh shit Oh shit Oh shit Ich glaub, ich hab da auch keine Ahnung Ähm Ja und jetzt? Hier bringt doch Schleichen nichts, oder? Ach du Scheiße Ja, was ist denn das? Lol Das ist gerade nicht so geil Wir müssen, glaub ich, erst die Schnecke loswerden, oder? Okay Fuck Scheiße Ja, das hab ich auch schon dran gedacht Aber da hab ich Schiss vor Okay, okay Puh Puh Oh Gott sei Dank Oh Als wenn Gecko auf Sport steht Ja, das stimmt Das stimmt allerdings Nur, ja 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 Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen Cool Früher mochte ich mal Basketball sehr gerne Oh ja, das hab ich sehr, sehr gerne sogar Hab ich sehr gern gespielt und so Das ist lange her Hm Okay, das hätten wir auch geschafft Wir kommen voll gut voran Wir sind bis jetzt nicht game aufgegangen In diesem Level Bis jetzt Das hat noch nichts zu bedeuten Äh, okay Na Was? Ähm Whee Okay Nein Oh, das geht auf Zeit Oh, du Sack Drei Zwei Eins Tot Drei Zwei Eins Risiko Und so Nein, ich muss doch weiter nach oben Oh, das geht sogar noch Cool Warum wird hier keine Luft animiert Das wäre cool gewesen Jetzt drück halt den Scheiß Whee Hä Hä Hä, hier passiert nichts Scheiße Hä War das jetzt auf Rot War das jetzt auf Rot oder war das auf Grün Hat jemand aufgepasst? Scheiße Äh, muss ich das jetzt aktivieren oder deaktivieren? Scheiße Ach, Kacke Jetzt hab ich's mir nicht gemerkt Scheiße Warum passiert nichts beim Drücken? Äh Sagt er ja auf der Toilette Was? Ähm Ja, jetzt Wie komm ich hier weiter? Ich glaub es war Deaktiviert Hä? Kacke Fuck Hat irgendjemand aufgepasst? Zufällig Irgendwie Irgendwas Irgendwer War das Rot oder war das Grün? Was hab ich getan? Ich lass es jetzt einfach deaktiviert Und jetzt muss ich zurück Aber wohin muss ich denn? Oh Ah Okay Nein Weiter nach oben Wuppiduppidu War das richtig? Yay Cool Vorsicht Mücke Oh Oh Lilo Mensch Hey das klappt Überraschend seltsam gut Was passiert hier? Oh oh Zwei davon Ach du Kacke Ganz ruhig Gastrodon Schallelos Dinger Das ist mies Gut dass ich gedrückt gehalten hab Das ist mies What the fuck? Nein Stage das ist ein tolles Abenteuer Aber ich brauch deine Hilfe Stitch wird so schnell wie möglich Lilo Achtung hinter dir Ich mach die Stitch Stimme nicht Ich bin so blöd Yay Wir haben es geschafft Ich bin nicht Game Over gegangen Ich hab es geschafft Yay Ich hab es in einem Rutsch geschafft Was? In der Lilo Passage Ja moin Bist fertig mit dem Naruto Personal 5 Layout Ja geil Hey du hattest doch schon Naruto Layout Das war schon ganz cool Ich hab es geschafft Oh das hat doch jetzt ein bisschen Applaus verdient Oder was ist denn da los Also das ist doch jetzt Also wirklich jetzt Ja Leute Leute Ja da kann man mich mal ein bisschen loben Oder Ne super Cool Geschafft Schön Ja cool Überleben 5000 Cool Ja Mhm Ich bräuchte glaube ich Einen Applaus Kommend Ne Pass mal auf Da hab ich Bestimmt was Gucken wir doch mal GG Vielen lieben Dank Und vielen Dank für die Kekse Dankeschön Hallo Programm Ich hab kein Applaus Hm Ich hab echt kein Applaus Schade auch Ich hab echt keinen Applaus Vielen lieben Dank Warum nicht? Finde ich jetzt nicht so cool. Töht schon auf, drüber. Oh mein Gott, was ist geschehen? Dann. Ich hab nur... Wen da. Hallo? Man hört es einfach gar nicht. Toll. Näh. Näh. Näh.